was ist denn das könnte alles mögliche sein was nichts schönes ist unser eigenes zählen endlich mal ich sehe ein heißes bad in meiner kristallkugel ich merkte von gar nichts ein mann könnte mit dem vorfall im zusammenhang stehen doch sein aufenthaltsort ist derzeit unbekannt da gibt es auch noch diese seite auf dem berg könnte er sich da verstecken einer mit der maske und einer der auch kaputt sitzt der retten wollte das ist doch der mädchen vielleicht ist er auch gut keine ahnung wie wir uns das zeigen ist auf jeden fall jetzt hier gelangt nein die hunde die werfe die ich gesehen hatte so nächsten nächsten weg schlägt sich oder rambo sage ich mal zu schlägt sich weiter ich hätte angst bei der stelle war ich bin ich habe keine angst vor hunde aber trotzdem wölfe ich finde wölfe eigentlich cool aber bei mir wären die also wenn die nicht gehorchen dann wird es übel hier irgendwo ein toten einmal ein toten hier liegt hier irgendwo ein toter hier blinkt nix alles kundisch abgucken hier ist schon mal nix was ist das für ein anwesen hier ich dachte wir werden zu abgelegen hier sind voll viele satten äh häuser und so ein toten jahre gut wartet oder irgendwo vom tor oder so keine ahnung guck mal da von dem von dem tod totem haben wir bisher nur eins das war das allererste ist ja noch diese 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 ist noch nicht passiert das gerade war das kam auch noch nicht das ist mike der schreit wenn wir jetzt ein kling wer sind die auf jeden fall mike sehe ich da auf jeden fall ich weiß nicht nein nein tapfer boah gestiegen aber rapide weil ihr hält meike geschäft erfolgreich nachgelaufen ist das gut ja chris hat gesagt er würde es liebetten habe ich doch so zwillinge wir haben schon alles alles durchgelesen durchgeguckt aktiviert einfach mal was steht neu und deaktivieren das war der wolf vier führungs dinge krass es gibt vielen noch wir haben lang noch nicht alle das ist echt krass weil es noch gibt dann gehe ich wohl mal rein weil ich glaube es gibt hier sonst nichts sieht jedenfalls nicht so aus ich habe gleich ein paar schilder schau die wölfe steht da was drauf aha ein hinweis wieso sollte ich auch nicht am unheimlichsten ort der welt landen oder doch keinem was ist das hier was ist das hier hm 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 ok ah wahrscheinlich kann man nicht von vorne rein ok verdammt ok jetzt noch etwas verletzt von den ganzen quicktime passagen der hatte drei hunden ne drei wölfe sagen wir mal so hunde hier wo 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 Hey? Wollte ich machen? Ach, da oben hoch. Und da geht das? Oh, was damit? Wie cool das eine Bewegungssteuerung ist. So, da kann man hochklettern. Ah, warte, was ist das denn? Noch einen Toten. Das sind wir. Zeig mal. Äh. Oder sind wir das? Oder... Da ist irgendeine Kreatur. Guck dir das mal an. Wer ist das? Der haut auf uns. Anni, ist es Mike. So ein Gollum, sag ich mal. Gollumartiges Wesen. Gut, dass wir es noch gefunden haben. Ich meine, äh... Das ist nicht gut, aber... Äh... Trotzdem, jetzt haben wir den Hinweis. Das ist nicht gut. Das ist gut. Das ist ein Generation. Das ist ein Generation. Es ist kein Generation. Aber es ist nicht ein Generation. Aber es ist ein Generation. Also ist das Elektro. Okay. Okay. Woah. Schon besser. Okay, und was passiert jetzt, weil er von alleine geht? Ich bin bereit. Oh, da sind die Plätze. Das sind zwei oder andere? Drei? Zwei. Oh, was zum? Ja. Mach einfach auf. Ja. Warum nicht? Ich geh jetzt mal zurück, du hast den ganzen Abteil übersprungen, du Idiot. Du Idiot. Chalalalalalalala. Warum geht's auch noch mal hin? Du Idiot. Wo steht da? Atmen. Oh, an einer Tafel. Sieh mal an. Die Blackwood Pines Sanatorium. Opened 1992. Äh, 22. Okay. Aber kein Hinweis. Warte. Wo geht's denn hier lang? Warte, wo geht's denn hier lang? Ein Hinweis? Ja. Bergwürdig. Äh, Mitteilungen. Hiermit informieren ich sie, dass die Rettung der Bergarbeiter morgen 5. Januar abgeschlossen werden soll. Da die Zahl der überlebenden Bergarbeiter bekannt ist, bereiten sie alle Betten auf Station A vor. Was macht mit der ganze Zeit da? Hä? Du wirst eine Nasenklammer brauchen, die riechen nicht widerlich. Okay, das ist aber eh klar. Wie ist denn mein, oder? wir könnten wieder zum daten da darf ich jetzt zurück es ist die frage ich glaube hier ist sowieso nicht auf oder die wochen und schlüsse statt der lockt und kann es auch anlockt kann man nicht das klappt dann muss man doch sowieso dritten lang als normaler an schon lange mit Mike unterwegs ich will Sam sehen ich habe schon mit seiner geduscht Gebaden da sind Brüchlein da sind die Weibchen Tresoren da wollte aber jemand unbedingt reinschauen oh cool was haben wir denn hier 30 Stechuhrkarten ok Fragezeichen ist nichts ein Hauf von nichts in dem nächsten Raum will ich nur die Schinnen gehen ich bleib erstmal hier was ist das denn eine Kamera kaputte Kamera ok kaputte Kamera warte mal das soll ich aber grad mal wissen das ist 1950 gewesen der hat Hinweise für diesen Bergarbeiterunfall ne Linse dieser Kamera ist zertrümmert sieht aus als hätte das jemand mit Absicht gemacht ich habe von 30 Stelle aus der Mine eingeschlossen in einem Safe das bedeutet dass 30 Bergarbeiter in der Mine eingesperrt waren mhm mhm achso das ist damit gemeint wei so na ich weiß nicht wo soll ich lang hier gehts runter hier gehts runter pitsch patsch noch ein weiter Hinweis zum Bergarbeiterunfall zum Bergarbeiterunfall würde ich mal durchlesen ein bisschen fehl deswegen meine Fresse ist fehl ok Hundylt da runter ich bleib oben Mann ey diese 10.000 Wege wo soll ich lang wo kann ich nicht wo soll ich als erstes hin ahhh das ist mir so ein Herz manchmal ich will alle Hinweise entdecken ich will alle Hinweise entdecken zum Beispiel hier da ein Schriftartikel verschwirr am Blackwood Maul verschwirr am Blackwood Maul ha 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 in Zeitung gehts nicht weiter gehts nicht weiter ist es versperrt zeig mal gehts nicht weiter oder nicht der verarscht mich ne doch nicht ok dann gehen wir nachher ich höre die Hunde hier rum 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 rotzen oh oh oder sehe ich das richtig achso nein ich dachte das wäre die Schneidemaschine oh scheiße krass oh 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 schönes Ding hm 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 ja 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 wenigstens ein Hammerrad und ich denke das wird zum Einsatz kommen ansonsten wärs ja nicht wo muss ich jetzt hin wieder frage alles wieder frage werde ich wo lang jetzt muss boah soll ich das wirklich abdecken ja 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 oh oh nein fixierstuhl oh lass mal reinsetzen die Schweine haben wohl gern zugesehen das ist ekelhaft das ist ekelhaft echt das widerlich sieht ein bisschen aus wie bei Outlast sieht ein bisschen aus wie bei Outlast war da grad was ich hab grad geblunken ne doch ich dachte hier wäre jetzt geblunken ist auch nichts hier ist aber was guck mal hier ist aber was wie viele tage werden sie uns hier festhalten ist also im krankenhaus gewesen im krankenhaus eher so die ganzen psychos gestörten also klappst du ich weiß nicht wo soll ich lang da wo der Hundeschatz sehen war ich glaube ja hier da hier kann ich nochmal was bekommen was ist das nächster hinweis reply sofort antworten reporter und andere schnüffler müssen um jeden preis ferngehalten werden wir würden hier keine presse wollen in diesem paradies telekommunikation dann folgen wir den hunden in den schatten das ist doch super mal mal nichts aktualisiert laut dem telegram haben die besitzer versucht das zu vertuschen das muss die kammer sein die in dem zeitungsartikel erwähnt wird jemand wollte unbedingt verhindern dass diese bilder an die öffentlichkeit gelangen das hier haben auch den artikel auch ein stuhl mit lederriemen um patienten zu fixieren es befindet sich blut darauf zieht aus als hätte man ihn in einem seltsamen experiment verwendet und das telegramm und das telegramm dann machen wir weiter hm kontakt das ist das ist so das Beispiel die Ratte, die... Oh, da ist was zu sehen. Komm schon da hin. Ah, nee, jetzt ist der Stuhl, ne? Ja, das ist der Stuhl. Warte mal. Was mit den Bildern hier? Nix. Ne. Okay. Das ist, wenn man Ängste nimmt, welche... ...die Kreissäge. Oh, oh, wie es weitergeht, werden wir im nächsten Part herausfinden. Ciao.